David Alaba hat den Vortritt, denn er wird jetzt geehrt und zwar für sein 100. Länderspiel, das er am Samstag absolviert hat, den Belgien auswärts. Aber jetzt darf er hier aus den Händen des ÖFB-Präsidenten die Ehrung entgegennehmen. 100 Länderspiele, jetzt das 101. Du hast einige mit ihm absolviert, Flo. Einige zusammen absolviert und die Leistung ist, wenn sie immer wieder von David ist sagenhaft. Immer wieder Top-Einstellung, Qualität und das ist herrlich. 100 Länderspiel ist Wahnsinn. Und das bedeutet ihm auch etwas, denn er hat so viel erreicht in der Karriere, aber du hast es eben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, das ist dann schon etwas Besonderes, natürlich. Nationalmannschaft, da kommt so viel Stolz mit, so viel Ehre und ein schönes Gefühl muss das sein.